Hallihalöch und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro 4 Enter the Dragonfly. Es heißt nicht Spyro 4, aber es ist das vierteste Spiel in der Reihe, meine Güte, ey. Aber vielleicht machen sie ja das, was sie auch mit Crash gemacht haben, mit Crash for It's About Time. Und machen das hier noch rückwirkend zum nicht vierten Teil, sondern einen anderen Teil zum vierten. Im zweiten Teil weiß man ja nicht, ne? Es ist ja alles möglich in dieser verrückten Welt. Und das beweist ja schon, dass ich dieses Spiel überhaupt noch spiele, ja? Alles kann passieren. Es könnte jetzt auch... Warte, nein, 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 nein. Wir wollen nicht zurück zum Anfang des Levels. Aber das ist halt ein Minispiel. Hey, was ist das denn da? Was glänzt denn da hinten? Ich bilde mir vielleicht einfach nur irgendwas ein. Da ist nicht wirklich was. Und wir scheißen auch auf die Könnerpunkte, wie gesagt. Also wir gehen jetzt einfach erstmal da hoch. Da ist garantiert irgendein Minispiel. Ja, ich habe wahrscheinlich falsch im Kopf gehabt. Hier sind wahrscheinlich Minispiele. Oder hier fliegt einfach nur die Bälle rum. Die wechselt auch noch die Höhe. Das ist ja wohl die Höhe. Kannst du... Danke. Du hast Gänzchen gefangen. Gänzchen? Das ist wieder so ein Name, dem würde ich mal im Haustier geben. Und das auch nur, wenn das Haustier eine Gans ist. Ehrlich gesagt. Ähm. Ja. Ist Gänzchen nicht eher was, was man so... ...als Beleidigung sagen würde? So Richtung, du dumme Gans? Boah, ich kriege hier gerade voll die Uncharted 4 Flashbacks. Aber kann ja nicht sein, dass ich hier an ein gutes Spiel erinnert werde. Da ist es. Minispiel. Die hätten sie meiner Meinung nach schon ein bisschen anders verteilen können. Und nicht so, dass man die beide erst am Ende des Levels sieht. Und erst am Ende des Levels in die Minispiele gehen kann. Weil dadurch war das Level selbst sehr eintönig und langweilig. Der Plusterpalast wird angegriffen. Bitte rette uns vor den Kriegsschiffen. Plusterpalast? Äh, andererseits, wenn ich so drüber nachdenke, hat das wahrscheinlich mit der Aufgabe zu tun, die wir im Hauptlevel hatten. Und die haben es vielleicht nicht hinbekommen, dass diese Dinger, die man aktiviert hat, aktiviert, lieben, wenn man, oder bleiben, wenn man das Minispiel verlässt. Und das hätte vielleicht das Spiel kaputt gemacht. Und da war es natürlich einfacher. Nein, ganz ehrlich, das Level-Design passiert doch erst. Wie fliege ich die Spitfire? Wurde dieser Name schon mal erwähnt? Ich steuere es die Spitfire mit dem linken Control-Stick. Oh. Oh. Drück X, um Raketen abzuschießen. Drück Kreis, um mit dem Maschinengewehr abzuschießen. Drück Viereck, damit die Spitfire schneller fliegt. Warum heißt das Ding so? Und wieso hat die eine Frauenstimme? Aber sieht genauso aus wie die Männer. Also Männer und Frauen sind hier exakt gleich. Ich meine, rein äußerlich, das ist schon ein bisschen, ne? Aber so ein weibliches Modell zusätzlich zu machen, das dauert nun mal, ne? Ba, 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 ba. Warte mal, wir haben, boah, wir haben auch noch so Torpedo-Dinger. Ich hab nicht das Gefühl, dass wir irgendwas Sinnvolles machen. Wir müssen ja scheinbar die Großen kaputt machen. Und warum haben wir zwei verschiedene Arten zu schießen? Und wieso halten die so übertrieben viel aus? Boah, immer diese Minispiele. Ey, das ist ja wie Crash 3 hier. Nur, dass es mir in Crash 3 schon nicht gefallen hat. Und. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ja, der Palast ist doch jetzt schon kaputt. Was soll ich ihn jetzt noch machen? Das ergibt ja mal gar keinen Sinn. Oh, wir können richtig stylisch aufweichen. Alter, damit lenkt sich das viel besser. Wenn man damit viel schneller lenkt. Ba, 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 ba. Ba, ba. Wir sehen die Schüsse von denen gar nicht. Das ist voll scheiße. Ah, doch, jetzt habe ich einen gese- äh, b-b-b-bach. Oh, nein. Ach, warte, das ist mein eigener Lebensfall. Kann das sein? Das da oben? Aber wir bekommen davon, wenn wir die Ramm nehmen, keinen Schaden. So, die kleinen Jäger mal ausschalten. Das scheint ja sehr wichtig zu sein. Wann sind, wann sind denn die eigentlich kaputt? Die brennen doch schon. Ah, wir haben eins versenkt. Mein Gefühl sagt mir, dass die immer nur dann Schaden bekommen, wenn die wackeln und nicht dann, wenn sie getroffen werden. Ich glaube, das oben ist unser Lebensfall und nicht der von Palast. Boah, der Palast sieht aber auch schon ziemlich scheiße aus jetzt so, ne? Aber wir haben es scheinbar geschafft. Ja. Blooster-Palast. Was ist das auch wieder? Na gut. Irgendwo passt es ja. Du hast Tweedle gefeiert. Tweedle. Wir müssen das doch garantiert nochmal machen. Versuch doch, noch ein paar Kriegsschiffe abzuschießen. Da draußen gibt es bestimmt noch mehr. Den Fluster-Palast verteidigen? Das klingt für mich nicht, als ob das jetzt zwingend nötig wäre. Das ist so bescheuert. Ach, du hast keine Zeit? Ja, dann helfe uns beim nächsten Mal. Wir werden zwar gerade angegriffen, aber hey, wenn du gerade keine Zeit und keine Lust hast, da kann man wohl nichts machen. Müssen wir wohl warten, bis der nächste Lila-Drache in den nächsten tausend Jahren kommt. Meine Güte. So, wenn ich mich nicht irre, haben wir jetzt in diesem Level sechs Libellen. Ist das korrekt? Hopp. Ist korrekt. Nein, 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 nein. Bevor ich weitergehe. Nein, 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 nein. Bevor ich weitergehe, möchte ich erst sehen... Nein. Gewitter, Wolken, Angriff, auf der Flucht. Spitfire. Das ist das unterste. Das sieht dann so aus, als ob da nicht nochmal... Okay, ich muss hier wirklich nicht nochmal rein, das ist gut. immer vorher auf Nummer sicher gehen, ob das da nicht irgendwie so klingt. Und ja, auf die Könnerpunkte können wir wirklich scheißen. Weil die haben sich wieder resetet. Falls es dafür überhaupt einen Könnerpunkt gibt. Wahrscheinlich aber nicht. Und von hier aus können wir da unten hin. Und mit da unten meine ich tatsächlich hier. Hier sind sogar noch Edelsteine. Hoffentlich die restlichen. Ne, da hinten sind auch noch welche. Okay. Du bist ein Minispiel, oder? Du bist jetzt nicht das Level... Das ist ein Minispiel, gut. Ja, stimmt. Das Tor zum Level verlassen hatten wir schon. Und das sah ein bisschen anders aus. Die sind aber nicht wirklich gut voneinander abgehoben, ehrlich gesagt. Ich meine, die haben auch den gleichen Sound, ne? Ein zeitkritischen Hinderniskurs. Ja, Fluglevel. Ja, Fluglevel, yay. Weil das Fluglevel beim letzten Mal so toll lief. Vor allem, wir haben ja jetzt quasi zwei Flugaufgaben, ne? Weil bei dem anderen mussten wir ja auch irgendwie fliegen. Was bist du denn? Oh, alter. Oh, alter. Oh, alter. Oh, alter. Oh. Dann wieder irgendwelche Fahrzeuge. Denen kommen wir entgegen, aber es sieht so aus, als ob wir es diesmal beim ersten Mal schaffen. Nicht alles noch mal neu spielen müssen. Alter, was ist das denn hier für Nebel? Alter. War ja richtig Dreamland-mäßig. Ne, War of Death, das war das Spiel, wo man nichts mehr gesehen hat vor lauter Nebel. Nein. Dieser verdammte Nebel ist ja nicht mein Nebel. Das ist einfach nur, das sind einfach nur Wolken. Du haust jetzt nicht hier ab. Ey. Wieso ist das so schnell? So. Jetzt müssen wir nur die Route von denen hier erkennen und den entgegenkommen. Und ich glaube, das haben wir auch schon. Sind die auf fliegenden Betten unterwegs? Ja gut, es passt ins Level-Theme. Ein wenig. Aber hey, wir müssen das Level nicht doppelt machen. Das ist nicht das Level. Äh. Diese Aufgabe. Ja. Nein, du musst nicht erneut versuchen. Ich habe während deines Rennens beim Spazieren fliegen. Okay. Du hast Tashi Stadion gefangen. Diese Namen. Was hat... Wie hat Sparks eigentlich eine Libelle gefangen? Nein, 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 nein. Wie hat Sparks eigentlich eine Libelle gefangen? Ohne den Bläschen atmen. Wieso können alle Libellen fangen, aber wir brauchen dafür unbedingt den Bläschen atmen? Holy shit, Sparks. Wo bist du denn? Wieso müssen wir eigentlich gegen die Riptox fliegen? Weil in Spyro 3 mussten wir ja auch nicht gegen die Rinoxe fliegen. Da waren das ja auch irgendwelche Einwohner oder so. Hier sind es halt einfach legit die Riptox. Also, wir fliegen gegen unsere Gegner, die wir normalerweise abfackeln. Es ergibt einfach nicht wirklich Sinn. Das ist, was ich damit sagen will. Aber okay. Sinn ist ja bekanntlich überbewertet. Genauso ist es Spaß. Wisst ihr, dass ich, äh, wusstet ihr, dass ich in Spyro 3 die Rennen auch schon scheiße langweilig fand? Ich glaube, ich habe das gesagt, naja. Ich habe gesagt, dass ich, äh, finde, dass der langweiligste Modus hier übernommen wurde. Hier wäre es mir viel lieber gewesen, hätten sie einfach die Minispiele aus Spyro 2 oder die sie auch in Spyro 3 hatten, äh, wieder eingebaut. Mit Jäger irgendwas. Das kann auch irgendwas super simples sein, aber bitte gibt mir nicht diese langweiligen, ähm, ja, diese langweiligen Rennen, wo man einfach nur dreimal in der Runde fliegen muss. Und im Grunde hat man's dann schon geschafft. Wenn man alle Sterne einsammelt. Außer das Spiel trollt einen. Und das macht es hin und wieder auch ganz gerne. Diesmal habe ich auch nichts zum Abballern, ne? Nicht, dass ich mir was zum Abballern wünsche. So, bitte sag, ich habe den jetzt überholt. Nope. Zwei überholt. Zählt nicht. Die haben wir offensichtlich schon überrundet. Aber der da jetzt vielleicht. Und komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Okay, der hat jetzt gezählt. Letzte Runde. Und da kommt jetzt hoffentlich bald dann noch einer dran. Den wir nicht überrundet haben. oder den wir dann nicht überrunden. Könnte der da sein. Hoffen wir's. Der ist nämlich ganz schön schnell unterwegs gewesen gerade. Ja, okay. Absolut keine Herausforderung. Versteht mich nicht falsch. Ich bin froh, dass es keine Herausforderung ist gerade. Denn sonst könnte es passieren, dass wir all das hier nochmal neu spielen dürfen. Und da habe ich nun wirklich keinen Bock drauf. Wieso eigentlich so zwei Ringe fast direkt hintereinander? Nein, nicht erneut versuchen. Ich bin froh, wenn's vorbei ist. Yay. Du hast Grayson gefangen. Ich möchte Level verlassen spielen. Level verlassen ist für mich der beste Spielmodus hier überhaupt, ja. Also, da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ich finde, man merkt, dass ich richtig Bock auf das Spiel habe, oder? Das merkt man raus. Wenn ich mit diesem Spiel durch bin, dann muss ich wieder was Gutes spielen. Sonst platzt mein Hirn irgendwann vor Begeisterung wahrscheinlich. so, wir müssen glaube ich nur noch ach so, da hinten ist noch so'n Ding. da hätten wir auch eventuell, falls wir diesen Gleitflug hier geschafft hätten, von Anfang an hingekonnt, kann das sein. Und das würde bedeuten, dass der am Ende wahrscheinlich doch noch eine Libelle für uns hat. Und wenn da jetzt noch eine Libelle rumfliegt, dann haben wir das Level geschafft, oder? Oh mein Gott, dann haben wir das Level geschafft. Dann haben wir das Level geschafft. Bitte sagt, dass da drüben ich zeige da irgendwo hin. Das passt für euch perspektivisch gar nicht, wahrscheinlich. Aber bitte sagt, dass da drüben gleich eine Libelle ist. Dann bin ich zu 5% zufriedener als vorher. So, okay. Ist auch wieder verblischt, verbuggt, was auch immer. Hat er die anderen Dinger jetzt noch aktiv behalten? Nein, hier ist keine Libelle? Dann dürfen wir wahrscheinlich helfen, ist das denn da? Habe ich das hier auch nicht gesammelt? Okay. Hier hätte ich wahrscheinlich auch vorher gar nicht hingekommen, oder vielleicht doch, wer weiß. Wer kann das bei diesem verrückten Spiel schon sagen? Ich sagte ja, alles ist möglich, aber bei diesem Spiel ist es vor allem möglich, vor Langeweile zu sterben. Fehlen uns jetzt ernsthaft noch Edelsteine? 15 Stück und zwei Libellen. Rand der Uhr. Was für eine Uhr. Warte, ist nicht die Uhr das, wo diese Dinger dahin ballern? Oder hin zielen? Das war doch diese riesige Sanduhr im Himmel. Die muss ich wohl irgendwie übersehen haben. War wohl zu sehr auf den Gleitflug konzentriert. Interessant aber, guckt mal hier, von da aus gucke ich direkt darauf auf die scheiß Edelsteine und sie sind nicht zu sehen. Erst wenn man ganz nah rangeht und das bei so einer scheiß Position, wo man nur an ganz bestimmten Stellen überhaupt nah genug dran ist, um das überhaupt sehen zu können. Ja, da ist eine unnichtbare Wand. Wieso habe ich das ausprobiert? Ich wäre fast gestorben. Nachtoderfahrung hier. Nee, äh. Oh, da war noch ein Gegner, den wir übersehen hatten. Genau. Da war so eine scheiß Regenwolke, ne? Aber die wird ja wohl kaum 15 Edelsteine hinterlassen haben. Wo ist der denn jetzt gespawnt? Ach, da. Die erinnern mich auch ein wenig an die Dinger aus Spyro 1. Diese komischen Amor Dinger. Also, nicht Rüstung, sondern die mit ihren Pfeilen halten. Ihr wisst schon, welch ich meine. Denke ich. Da ist die Wolke. Die hat aber nur einen Edelsteine gehabt. Einen. Der ist wahrscheinlich hier verglitscht, ne? Der ist hier irgendwo hin, wo er nicht hin sollte. Und dann hat das Probleme gemacht. So, jetzt, äh, wie ist das da? Das Ding ist aktiv, okay. Dann haben die sich nicht resettet. Das ist doch nice. Aber wo sind dann die letzten Edelsteine? Also, nicht, dass das jetzt damit zusammenhängt, aber wo sind die Edelsteine? Ich meine, es stand ja noch was von Rand der Uhr, das heißt, es scheint irgendwo noch was zu geben, wo wir hin können, aber noch nicht waren. Und das würde dann ja bedeuten, dass da möglicherweise noch Edelsteine sein können. Hm. Haben wir dich gekillt? Ich glaube schon, ja. Aber die Uhr ist da oben, also Rand der Uhr verwirrt mich jetzt ein wenig. Gehen wir einfach mal zum Levelende. Da sollten wir ja möglicherweise noch eine Libelle bekommen. Hoffentlich. nicht. Können wir das unter Wasser abfeuern? Nö. in Spyro 2 und in Spyro 3 gab es zwar sowas, was man unter Wasser abfeuern konnte, aber hier machen wir uns nicht die Mühe. Ja gut, wenn es sowieso nicht benutzt wird, sind wir mal ehrlich, dann braucht man es ja auch nicht. So ehrlich will ich schon mal sein. jetzt kann ich das nicht, ey. Ist das Ding hier jetzt aktiv oder nicht? Was ist das denn hier? Wieso hat der jetzt davon keinen Schaden gekriegt? Jetzt auf einmal ist das Ding aktiv, okay. Weirde Sachen hier, weirde Sachen. Okay. Ich wollte jetzt unter gar keine Umstände von dem getroffen werden. Gibst du jetzt eine Libelle? Jetzt habe ich ja alle Dinge aktiviert oder muss ich dafür zum Typ von Du hast Rick gefangen. Wäre es zu umständlich gewesen, ihm den Dialog zu geben? Danke für die Hilfe, aber da ist noch ein Turm. So, oder dass er sagt, die Türme, dass er irgendwas sagt, anstatt einfach nur Danke und einfach nur die Belohnung weglässt. Hä? Ist das so? Hä? Aber jetzt mal im Ernst, wo sollen die Libellen sein? Die letzte Libelle, wo soll die sein? Ähm... was? habe ich nicht direkt das Level ausgewählt? Rand der Uhr! Welche Uhr? Da war doch... Alter Spiro tanzt du bitte nicht hier? Danke ist das hier nicht quasi die Uhr? Aber das hier ist doch der Rand der Uhr dann. Ah, Halt! Moment, wir können... Ah! Ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Auf der Höhe hier jetzt? Nee, tatsächlich! Da ist die Libelle! Yay! Du hast Margaret gefangen! Dann muss ich ja jetzt nur noch 15 Edelsteine in diesem ganzen Level absuchen das riesig ist und die überall sein können wirklich überall und nur irgendwas zu sagen hast du die Maschine schon wieder in Gang gesetzt? Ja Welch kreativer und schöner Dialog da wir jetzt sowieso noch mal durchs Level rennen dürfen so wie es aussieht ist Alter eigentlich kann ich dieses ganze Let's Play so nicht hochladen eigentlich kann ich das nicht machen ich bin die ganze Zeit nur am haten ich bin die ganze Zeit nur am gelangweilt und genervt sein und ich bin die ganze Zeit nur total negativ drauf das hätte ich nicht gedacht Grafikfehler aber kein Edelstein ich brauche Edelstein hast du kein Händler der kann Edelstein keine Ahnung eigentlich will ich nichts dafür draus geben eigentlich möchte ich nur Edelsteine haben hätten sie nicht die Spark Suchfunktion einfach wieder rein es wäre ja wahrscheinlich zu viel Arbeit gewesen da waren wir auch schon entlang gelaufen wo soll mir die denn jetzt fehlen ich meine das hier haben wir auch schon gemacht wir waren doch überall Boah Leute ich glaube ich schneide das hier raus ich habe eigentlich keinen Bock rauszuschneiden aber ich glaube ich schneide raus bis ich die ganzen Edelsteine sammelt habe weil ich weiß gerade auch überhaupt nichts mehr zu sagen hier ja wir sehen uns dann gleich seht ihr was ich da sehe da ist Edelstein da ist Edelstein der sagt dass da alles sind nicht nur der eine das ist auch mit eins der Probleme die auftauchen wie kommt man da denn hin sind wir von da oben gleiten das heißt wir müssen nochmal durch das ganze bis gleich so da sind wir und versuchen ähm nein sie wollen dass man hier werden wir respawned ernsthaft sie wollen dass man diesen verkackten gleitflug macht aber sie machen irgendwelche scheiß unsichtbaren wände dahin versuch versuch nummer zwei diesmal fliegen wir ganz außen rum denn das ist es ja scheinbar was sie wollen damit das auch bloß ist es spiel Dritter Versuch Diesmal fliege ich nicht ganz so krass draußen rum, aber immerhin noch auf der linken Seite Wir haben es geschafft Wir haben es geschafft Und ich kann endlich Endlich dieses Level verlassen Weil ich keinen Bock habe Weil ich keinen Bock habe, jetzt nochmal zum Levelende zu laufen Machen wir das natürlich hier Ja, Level verlassen Bitte raus aus diesem Level Oh, Katze ihn Verdammt, wo sind sie? Wo sind meine Libellen? Es ist was passiert Eure Kurzzeit Irgendwas ist mit eurem Zepter schiefgelaufen Ich glaube, die Libellen sind überall hinweggeflogen Weggeflogen? Überall hinweggeflogen? Irgendwas muss mit meinem Zepter schiefgelaufen sein Die Libellen müssen überall auf dem Kontinent verteilt sein Egal Ohne die Libellen sind die Drachen hilflos Ich schicke meine Riptox aus, um sie einzusammeln und diesen lila Drachen aus der Welt zu schaffen Wäre natürlich sinnvoller gewesen, hätte ich mir einfach einen Hotkey dafür gemacht, dann hätte ich meine Cam jetzt nicht einfach rausziehen müssen Rausziehen klingt falsch Äh, ja Find das nur ich komisch, dass Crush hier auf einmal eine Stimme hat und reden kann? Das konnte der in Spyro 2 irgendwie nicht Oh So Fenster noch wieder in den Vordergrund packen So, wir holen uns jetzt noch den Spyro Die Magie dieser heiligen Rune verleiht dir die Macht des Eisatems Yay So Ich hab aber für heute die Schnarze voll Den Rest machen wir beim nächsten Mal Bis dann Ciao 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 Ciao